So, willkommen zurück zu World of Warcraft. Jetzt müssen wir ein Bild warten. Dankeschön. Wir waren stehen geblieben, dass wir so eine überladene Erntemaschine hier nehmen sitzen. Zack. Jetzt haben wir so schöne Aktionen, mit denen wir die Schnitter da drüben platt machen können. So, wir haben einmal den normalen Sensenschlag. Der sieht so aus. Wir können auch einfach jetzt durchboosten. So, und dann busen wir wieder los. Oh, ich dachte, ich hätte dich kaputt gekriegt. Das ist der Durchfall, das ist cool. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas konvisieren. So. Ich habe kein Ziel. So, kann ich dich auch damit töten? Toll. Okay, dann verlassen wir den jetzt hier. Ach. So, da haben wir alles. Bei denen brauche ich noch was. Ach, komm her. Ich muss näher ran. Ach. So. Weg mit dir. Jawoll. Und dich da oben will ich einmal haben. Komm mal da runter. Komm mal da runter. Bitte. Dankeschön. Ich bin außer Reichweite. So. Was ist das denn? Ja, man hat auch inzwischen übrigens wohl nachweisbar schon gemerkt, dass die Leute sehr viel mehr im Homeoffice sind seit Corona. denn man hat am Frankfurter Knoten hat man gemessen, dass das verbrauchte Datenvolumen, was durch Videokonferenzen entstanden ist oder entsteht, enorm gewachsen ist. So, ich glaube, um 50 Prozent hätte das zugelesen, als ich zuletzt gelesen hatte. Und jetzt ist man sogar besorgt darüber, dass die Bandbreiten, die in Europa zur Verfügung stehen, nicht ausreichen. Daraufhin sind jetzt nämlich dann YouTube und Netflix hingegangen und haben angekündigt, kein HD mehr zur Verfügung zu stellen, um da ein bisschen Datenvolumen bereit zu machen. Da komme ich dann hin mit deinem Gaming natürlich genau richtig. Dankeschön. So. Können wir jetzt erstmal drei Quests abgeben. Das ist gut. Das gibt dann ordentlich Erfahrung wieder. Äh, warte, wir müssen das so. Jetzt kann ich gleich ein paar Sachen auch noch verkaufen. Und, greift ihr mich an? Nope. Mh, wir können mal kurz auf die Karte gucken. Wald von Elvin, da kann ich noch nicht hin. Brennende Steppe, da will ich noch gar nicht hin. Rotkammgebirge, welches Level war das? 15. Ah, ich denke mal, wenn ich hier fertig bin, dann können wir da hin. So, fangen wir erstmal an, die Sachen hier zu verkaufen. So, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das lassen wir mal dabei. Dann, das behalten wir auch mal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Jo. Für die Allianz. Für die Allianz. Es lebt. Es hat tatsächlich die Funktion... Oh, mega. Ziehe den Ehrenfreund. Ähm... B ist... Ne. Ach, C ist das. Arsen. So. Perfekt. So, und jetzt der Nächste. Was kann ich für euch tun? Danke Bruder. Ihr habt Salma und Mio einen großen Dienst erwiesen. Und ich verspreche euch, dass wir so schnell nicht vergessen werden. Äh, viel Geld habe ich nicht. Ja, okay. Ich will ein Geld. Sehr schön. Neue Fähigkeit. Spott. Ich würde aber niemanden verspotten. Was kann ich für euch tun? Jawoll. Sehr schön. Kriege ich auch einen neuen Gürtel. Man sieht sich. So. Dann kann ich den neuen Gürtel jetzt auch anziehen. Grüße. Es ist viele Jahre her, dass uns angeboten wurde, äh, dass uns Hilfe angeboten wurde, Thrawnist. Äh, wärt ihr nicht gewesen, hätten wir uns, hätte, hätten, hätten wir es womöglich nicht über den nächsten Winter geschafft. Ihr habt euch einem selbstlose Personen erwiesen. Jemand, dem wir vertrauen können. Ich wünsche nur, wir hätten etwas von Wert, das wir euch anbieten könnten. Ich habe zwar keine Informationen, die euch über den Vorhaben, die Mörder, den Bauernwimmel zur Strecke zu bringen, vernutzen sein werden. Aber vielleicht kann ich meine Frau weiterhelfen. Gut, dann sprechen wir nochmal mit Blick. Mit der Frau drin. Braucht ihr Hilfe? Aber natürlich, mein Lieber, unsere kleine Tochter arbeitet in der Sperrkuppe und steht den Obdachlosen von Westfold sehr nah. Vielleicht habt ihr ja etwas mitbekommen. Bevor ihr geht, lasst mich Westfold-Eintopf einpacken und euch ein wenig über, äh, über unsere liebe kleine Tochter erzählen. Wir haben eine Questreihe abgeschlossen. Seid vorsichtig. Hallo! Hoffnung für das Volk und kümmert sich um die Obdachlosen und Mittellosen von Westfold. Bringt meinen Westfold-Eintopf zu ihr zur Sperrkuppe südlich von hier. Alles klar. Machen wir. Dann töte ich nochmal so ein Vieh auf unser Tier. Weg. Weg. Ich muss quasi einmal rum. Man geht in Westfold einmal so rum. So, dann geht es erstmal zur Sperrkuppe. Ich weiß ja jetzt schon, was passiert. Ähm, ja. Wir schmeißen mit Essen. Keine Durchreise. Ausgangssperre. Wir passen gerade. Pff. Da oben ist die Sperrkuppe. Oh, da gibt es ganz viele Quests. Also sind wir jetzt mit dem Abschnitt da oben offenbar fertig und können uns jetzt hier unten drum kümmern. Hier scheint auch so ein Landepunkt zu sein. Jawoll, da ist er. Perfekt. Dann bunkern wir uns denn jetzt erstmal. Dankeschön. Zack. Äh, guten Tag, Werther. Wie kann ich euch dienen? Ich richte Westfold-Eintopf. Hat Mutter euch geschickt? Äh, ja, ich habe von den Bauern Wirbelmorden gehört. Es ist sehr tragisch, aber solche Tragöden sind in Westfold an der Tagesordnung. Hier gibt es viele Leute, die einfach nicht mehr den Mittel oder den Willen haben, sich selbst zu versorgen. Sie haben die Hoffnung aufgegeben. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, so hoffnungslos zu sein, dass man sich seines Lebens nicht mehr erfreuen kann? Wir müssen uns gemeinsam darum bemühen, ihnen zu zeigen, dass es noch Hoffnung gibt, dass jeder einen neuen Tag ein besseres Leben bringt. Nehmt den Westfold-Eintopf meiner Mutter und helft dabei, die Obdachlosen an der Speerkuppe zu versorgen. Benutzt den Westfold-Eintopf um 20 Obdachlose an der Speerkuppe und in Westfold zu speisen. Machen wir. Und wir nehmen den nächsten Quest an von ihm hier. Ehre dem König, Freund. Die Legende von Kapitän Grausohn. Habt ihr von Kapitän Grausohn gehört? Einige sagen, er ist die Erfindung eines betrunkenen Seemannsgehirns. Aber jeder in Westfold wird euch sagen, dass Grausohn existiert. Er ist ein Geist und leuchtet im Westfold ganz Westblablabla. Wagt ihr euch das? Für die Jax. Jawohl. Was willst du? Die Westfold-Brigade. Wir waren einst, die als Volksmiliz bekannt. Heutzutage kämpfen wir unter der Flagge von Sturmwind mit den vollen Unterstützung von König Byron. Wir haben viele Ziele hier in Westfold, die von den Defias hinterlassen, eine Unordnung aufzuräumen, die Hoheitsgebiete der Allianz auszuweiten und Ordnung zu bewahren, bla bla bla. Die Zeiten sind jetzt noch schlimmer, als die Defias amok gelaufen sind. Jetzt, da die einheimischen Gnolle sich ebenfalls bewaffnet haben, sind wir in der Ecke gedrängt, Thrawnest. Helft uns. Tötet zwölf beliebige Gnolle der Flusspfoten, die die Sperrgruppe angreifen, die Verteidigung von Westfold. Nachdem meine Dienstzeit in den Grizzlyhügeln beendet war, bin ich nach Westfold zurückgekehrt und musste das Land in den schlimmsten Zustand vor meinem Einsatz vorfinden. Wir haben den Krieg mit tausend von obdachlosen Bürgern bezahlt. Jetzt wandern sie hierhin aus und lassen sich den verlassenen Bauernhöfen und Siedlungen dieser Gegend nieder. Zu allen Überfluss werden wir jetzt auch noch von den Gnollen eingegriffen. Die Westfold Brigade braucht eure Hilfe, Thrawnest. Tötet die angreifenden Gnolle und nehmt ihnen ihre Befehle ab. Da zieht jemand dem Hintergrund die Fäden und wir müssen herausfinden, wer das ist. Erhaltet die Angriffsbefehle der Gnolle. Mega, kriege ich eine schöne Rüste. Seid vorsichtig. So, dann mischen wir die mal alle auf hier. Wollen wir sie denn? Hallo? Hallo, kleiner Gnoll. Ah, der Kräuterkunige. Zack, weg mit dir. Zack, schon hab ich sie. So. Dann. Hm. Weg mit dir. Äh. Ich will dich hinrichten. Oh Mann. Ich will dich hinrichten. He, der haut einmal alle an, damit er die alle kassieren kann, ey. Oh, warte mal. Den hau ich auch einmal an. Oh. Oh, haha. Oh. Oh, haha. Ich bin außer Reichweite. Oh. 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 Hi. Bleib mal schön. Hier Junge. Wie viel zu. Oh. Sehr schön. Sehr viel eingesammelt – auf einen Schlag. so mein gott was ein gemetzel mein kniescheibe juckt so westvoll ein topf guten tag hier ich habe was für euch ich kann diesen gegenstand noch nicht benutzen lädt immer noch auf wir sind alle versorgt sind jetzt für mich immer versorgt oder geht das wieder weg mit der zeit scheint so als ob sie für mich immer versorgt sind guck mal da sind noch zwei wird das reichen die interessiert hat gar nicht noch scheiß wolf entschuldigung coyote jetzt auch noch weg level 14 sehr schön ich frage mich warum die leute nicht einfach hier reingehen naja ok genau an der mauer entlang schau ich nochmal die versorgung hat für mich offenbar auch auf perfekt dann kann ich jetzt da mal hinstellen dann müsste es eigentlich soweit sein dann müsste ich sie eigentlich alle haben so zack bitteschön verdammt bitteschön level 17 ein worgen so jetzt kann die ganzen quest erstmal abgeben ach ne ach ne da drüben muss ich gleich noch hin kann ich gleich machen wenn ich eh da unten hingehe zum kapitän ich glaube der schickt mich nämlich hier wieder rauf für den muss ich auf jeden fall hier hin so dann geben wir jetzt erstmal hier die quest zurück gut gut dann ist abgewehrt tötet fünf müßiger der fluss roten ok ich soll alle möglichen leute töten südlich ok die töten war was hat er nicht für euch tun der angriff ab gehabt die angriffsbefehle jawoll helix der name habe ich schon mal gehört und zwar vor gar nicht allzu langer zeit aber wer ist dieser admira ich muss die agentin gut dann springt jetzt mal schnell weiter ich überlege ob ich eben darüber gehen und von näher komme ich eh noch hin in grausung captain sanders ist das der bernie sanders aus den usa lecker aber so mit haut und alles dran wird das dann nicht ein bisschen ledrig handwerkswaren brot und labogen machen ich liefere nur feinste waren ja ist ja schön so kann ich irgendwas loswerden das 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 ne das wollte ich anziehen man sieht sich äh c und b so dann fahre ich die beiden sachen verkaufen und hab schon ein gold zusammen ja ich bin reich ja wir machen auch viel mit kupfer in der firma also so kabel und ähm also er stromkabel nipsyps und nipsm also stark stromkabel er stromkabel und äh da ist ja viel kupfer auch drin teilweise so diese großen trommeln die er von den baustellen kennen bestell ich teilweise äh was bist du denn für eine bulliger geifer zahn und äh zurzeit ist das kupfer richtig günstig also wir waren so Ende letzten jahres war teilweise bei fast 600 euro für 100 kilo kupfer heute sind wir gewesen bei ich glaub 454 euro kupfer ich dachte so what so was soll ich hier achso ich soll hier alles töten ok das krieg ich hin Tötungsbefehl zu weit entfernt mal gucken ich verspottet der achso der schreit einfach nein den Mann die soll ich nicht töten ey das war nicht nett so äh den brauche ich auch nicht töten den auch nicht aber das steht mir im weg deshalb rempel ich den einmal an so und dann seid ihr jetzt obwohl ihr seid eigentlich auch nicht mein Ziel ne aber ist mir egal das ist Erfahrung Alter ich geh mir nicht auf den Piss du auch nicht du auch nicht Alter wo seid ihr denn alle hier da die kann ich auch mal eben erledigen die beiden ich weiß nicht ob ich es muss ich mache es aber einfach just cause i okay das ist zu weit entfernt ja jawohl der Zuchtmeister ist auf jeden Fall mit im Rennen so die mähen wir mal eben nieder dann gucke ich mir gleich mal die Quest-Tags genau bevor ich sie abgebe damit ihr die Story zusammenkommen habt ich glaube ich werde in die Titel jemals reinschreiben welchem Gebiet ich mich befinde falls jemand nur ein bestimmtes Gebiet sehen will oh ok mein Gott wie schnell die Zeit umgeht gut dann danke ich an der Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei World of Warcraft tschüss und wir sehen uns